Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu UML, der Unified Modeling Language. Die ist dazu gedacht, damit ihr eure wundervollen Programme, die ihr so plant, auch wirklich gut geplant habt und auch wirklich an alles gedacht habt, damit ihr auch noch schnell Sachen ergänzen könnt, bevor ihr sofort anfangen mit Coden, aber das wisst ihr natürlich alles schon. Okay, so, was wir hier machen ist jetzt heute folgendes. Wir wollen Aggregationen modellieren. Aggregationen sind ein bisschen was Spezielles und dazu brauchen wir als allererstes mal vielleicht ein neues, naja, eine neue Idee, weil mir hierzu wirklich nichts eingefallen ist, wo man vielleicht super eine Aggregation hätte modellieren können und auch gleichzeitig noch sinnvoll erklären. Das heißt, ich scrolle jetzt hier einfach mal ein bisschen runter und kreiere mir zwei neue Klassen. Eine Klasse heißt Auto und die andere Klasse nennt sich Reifen. So, und wir modellieren das Ganze jetzt wirklich nur im Zusammenhang mit dem Autokontext. Das ist ganz wichtig, wir haben nicht noch irgendwelche Motorräder, die auch Reifen haben oder sowas, sondern wir haben wirklich nur Autos, die Reifen haben. Und jetzt haben wir hier, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, eine Abhängigkeit zwischen Auto und Reifen. Das heißt, wir können hier theoretisch eine Assoziation reinpacken. Was wir aber auch machen können und das wird man immer machen, wenn man kann, nur dann ist eine sogenannte Aggregation. Das heißt, ihr könnt hier sagen, hey, ich nehme diesen Blob hier Aggregation. Eine Klasse ist Teil einer anderen. So, und dann modelliert man das Ganze so. Man nimmt sich hier dieses Diamant-Dingens, so heißt das Teil tatsächlich, ist nicht von mir irgendwie erfunden. Dieses Diamant-Ende kommt an die sozusagen Chefklasse und dann hat man auf der anderen Seite ein ganz normales Ende. Das bedeutet so viel wie, Achtung, ich muss jetzt hier gerade noch was ergänzen. Wir haben auf Seite A, welches ist jetzt Seite A? Seite A müsste das, Seite B. Okay, auf Seite B, also der Seite der Reifen, haben wir Reifen. Und zwar Multiplizität bei einem Auto normalerweise 4 beziehungsweise 5 mit Ersatzreifen. Wir nehmen jetzt ja einfach mal die 5, weil wir fancy sind. Und ja, jetzt haben wir hier eine Modellierung, die uns erlaubt, die Klasse Reifen wirklich nur für das Auto zu benutzen. Das heißt, diese Klasse Reifen kann ohne die Klasse Auto einfach nicht existieren. Die macht ohne die Klasse Auto absolut keinen Sinn. Während die Klasse Auto, die macht noch Sinn ohne den Reifen, weil mit der Klasse wollen wir ja irgendwas machen. Aber die Klasse Reifen wird tatsächlich nur von der Klasse Auto benutzt. Dazu hat man diese Aggregation mit diesen wunderschönen Diamanten hier an der Seite. Also, wunderschön ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, das heißt, der wichtigste Aspekt ist, wir haben hier eine normale Assoziation im Prinzip, aber die Klasse Auto kann ohne Reifen existieren, aber die Klasse Reifen kann ohne die Klasse Auto nicht existieren. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr starke Abhängigkeit von der Klasse Reifen gegenüber der Klasse Auto. Und was man dann häufig mal machen kann, ist, man schreibt diese Klasse Reifen als innere Klasse in die Klasse Auto rein. Das kann man machen, muss man nicht machen. Und wenn man seinen Quellcode schön sortieren möchte, dann sollte man das auch eigentlich nicht machen. Aber so extrem kann man sich das vielleicht vorstellen. Wenn ihr in Java drin seid, dann habt ihr da öfters mal Listen wahrscheinlich gehabt. Und dort gibt es auch sogenannte Iteratoren, die wirklich nur innerhalb der Liste zum Einsatz kommen. Die sind dann auch tatsächlich als innere Klasse modelliert und haben so eine Aggregationseigenschaft. Das heißt, die können nicht ohne ihre Außenklasse existieren. Ja, das ist eigentlich auch schon alles zur Aggregation, was ihr wissen müsst. Ich glaube, das reicht sogar für dieses Video. Versucht euch das am besten mit diesem Autoreifenprinzip zu erklären. Reifen können nicht ohne Auto. Auto kann immer noch andere Reifen haben, also quasi neue Reifen. Das kann ohne die Reifenklasse existieren. Vielleicht kann es nicht fahren, aber es kann zumindest existieren. Ja, gut, das war es von meiner Seite. Nächstes Mal geht es nochmal ein bisschen weiter und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.